Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich wollte mir vorstellen, ich habe nicht für mich gekauft, meine Lampe kann ja verschiedene Farben, sondern für meinen Kumpel. So, und zwar ist das hier so eine Lampe, E7-Fassung ist meistens ein Standard, mit Fernbliehung. So, das packen wir mal aus, weil ich gucke natürlich, ob es tut. So, da ist die Lampe, ganz normale E7-Fassung, wie man es erkennt. So, da ist die Fernbedienung. Und wie ihr gerade gesehen habt, das Originale, kann man hier die Farben ändern. Das ist schon geil. Komm mal. Helligkeit ändern. Also, das ist schon nice, oder? Aber ein bisschen dunkler. So, ob das geht. Geht noch ein bisschen was? Ja, oder was gibt es noch für den Effekt? Ou... Disco. Oder dysco. Langsame Farbe wechseln. oder ja, weiß auch nicht, was ich sagen soll ja, keine Ahnung ja, ja gut, das tut auf jeden Fall großer ja, das ist ein nettes Spielzeug ja genau ja ähm, das war gleich schon wieder das ist da hinten halt auch mein Ding an mein, äh und das Licht ihr könnt es vielleicht so aber das tut auf jeden Fall und hier kann ich jetzt an- und ausmachen und wenn ich jetzt das Ding hier reinstecke die Folie da dann dürfte es nicht mehr funktionieren er tut nichts mehr genau so, was soll ich mal zurück also, ähm, ja, das war gleich schon wieder danke für zugucken, bis zum nächsten Mal, tschau ja, das war ja